Hallo zusammen, einen schönen guten Morgen. Hier einige kurze Meldungen. In Berlin fielen bei 90.000 Haushalten Heizung und Warmwasser aus. Grund war ein Stromausfall und eine damit verbundene Abschaltung eines Heizkraftwerkes. Nun gut, wir haben ja in Deutschland drei Atomkraftwerke zum Jahreswechsel abgeschaltet und Bösezungen oder Experten oder Leute, die alles negativ sehen, die haben mir vorausgesagt, dass das eventuell vermehrt zu Stromausfällen führen kann. Wir werden sehen, ob das so eintrifft. Ja, möglicherweise kann es auch zu einem größeren Blackout kommen. Wir werden auch das beobachten. Interessant bei der Sache ist, zum Jahresende werden dann auch die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet. Wir sind gespannt, wie es sich dann weiterentwickelt. Insgesamt glauben wir, wir sind nicht so besonders gut aufgestellt. Ja, und einige Experten oder Bösezungen behaupten ja, unsere Stromversorgung entspreche dem eines Schwellenlandes der dritten Welt. Wie gut, dass wir den Robert haben. Robert Habeck, der entscheidende und zuständige Minister der neuen Abwehrregierung. Er will mehr Wind machen, das heißt Windkrafträder, Windkrafträder, Windkrafträder. Höchstwahrscheinlich will er damit die Stromversorgung sichern. Wir werden sehen, wie das geht. Und er hat noch einen Vorschlag parat. Er will die Ökosteuer vom Bund übernehmen lassen und damit den Stromverbraucher, die Verbraucher im Allgemeinen entlasten. Herr Habeck, möglicherweise könnte dies eine Milchmädchenrechnung sein, denn ja, der Bund bekommt sein Geld ja auch von den Stromverbrauchern. Insgesamt steht ja das ganze Geflecht, ja, der Energiekosten und Versorgung auf wackeligen Füßen. Und hier erfahren wir, dass der Dieselpreis auf einem Allzeithoch ist. Er liegt wohl bei 1,58 Euro. Das hatten wir noch nie. Und das liegt natürlich nicht an irgendwelcher schlechter Politik oder falscher Energiepolitik. Das liegt in diesem Fall an den Unruhen in Kasachstan. Jedenfalls erklärt uns das die gut bekannte Verbraucherorganisation und Autofahrerschutzorganisation ADAC. Die müssen es wissen, ja, da sind wir in besten Händen. Wir vertrauen da mal den gelben Engeln. In Genf trafen sich die Vize-Außenminister der USA und Russlands. Ja, und man besprach die Situation in der Ukraine und es gab keinen Durchbruch. Wir erfahren aus den Medien, dass die USA den Russen einen Abrüstungsvorschlag in dem Zusammenhang noch unterbreitet haben. Selbstverständlich kam der Vorschlag von den USA. Wie sollte es anders sein? Die Russen bezeichneten dieses Gespräch als sehr tiefgründig und sehr konstruktiv und bis ins letzte Detail sehr fachorientiert. Wir glauben, dass die Gespräche von russischer Seite so gut geführt waren, dass die amerikanische Vize-Außenministerin, deren Name uns entfallen ist, ja, laut Körpersprache nicht zu sehr begeistert war, sichtlich bedeppert von Dannenschleicht. Und wir glauben zu wissen, wer hier in diesem Fall, ja, von den beiden die Hosen anhat. Leute, in diesem Sinne, das Übliche, bleibt gelassen, bleibt in eurer Mitte, bleibt friedlich und ruhig. Guckt über den Tellerrand, geht hinaus, sagt eure Meinung, trefft euch mit Gleichgesinnten, tauscht euch aus. Ja, in Berlin waren gestern auch wieder sehr viele Leute auf der Straße, wie überall. Hier allein in Berlin gab es wohl nach Angaben der Polizei 30 Veranstaltungen, die ja teils Spaziergänge und teils Demonstrationen waren. Die genaue Teilnehmerzahl lässt sich natürlich dann auch nicht ermitteln. Aber tendenziell ist ja zu erkennen, dass es täglich und wöchentlich mehr Menschen wären, ja, die irgendwie unzufrieden sind, die sich ihre Gedanken machen, ja, die mitreden wollen und die ja letztendlich für ihre Rechte friedlich auf die Straße gehen. In diesem Sinne, macht es euch gemütlich, habt einen schönen Tag. Bis später, wir sehen und hören uns. Tschüss und ciao. Tschüss und ciao.